Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz besonderes. Ihr seht, ich sehe total bescheuert aus. Diese Schuhe sind halt die geilsten. Ich habe einen Schlafanzug an und werde damit jetzt gleich in den Stall gehen. Wie ein normaler Mensch. Man kennt es, man steht auf und denkt sich so, ich habe richtig Lust in den Stall zu gehen. Und man vergisst seine Reitklamotten anzuziehen. Und das mache ich jetzt heute. Niemand, wirklich niemand. Aber du machst es einfach trotzdem. Es ist halt unangenehm. Erst dachte ich so, es ist echt eine witzige Idee. Und jetzt denke ich so, hm. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Voll unangenehm, wenn wir gleich alle so im Stall sehen. Vor allem noch mit diesen Schlappen. Wie werden die vor allem danach aussehen? Zum Glück hat es ein bisschen gefroren, dann ist es nicht so matschig. Ja, ich muss aufs Paddock und die Pferde reinholen. Oh Mann. Dann lass mal schnell los, damit das Unangenehme gleich auch schnell vorbei ist. Ja, wirklich. Let's go. Wir sind jetzt im Stall angekommen. Im Stall? Beim Paddock? Also im Paddock, ja. Ist dir eigentlich kalt? Nein, gar nicht. Es sind Minus gerade. Und ich trage hier sowas. Du hast ja aber was darunter angezogen, oder? Ja, ich habe darunter was an. Gut. Aber trotzdem halt kalt und eine Jacke. Wärst übertrieben. Was hast du eigentlich darunter an? Hast du noch Weihnachtssocken an? Ja. Und darunter noch andere Socken. Nee, ich glaube, ich muss eine Jacke drüberziehen. Ich weiß nicht, ob das geht. Was willst du überhaupt im Schlafanzug heute mit den Pferden machen? Du kannst auch nicht mal reiten, oder? Ich möchte auf jeden Fall mit Valentin heute Kutsche fahren. Oh, das wird richtig kalt, Hella. Da musst du eine Jacke anziehen, sonst wirst du krank. Ja, das stimmt. Ja, dann lass uns jetzt erst mal mit der Kutsche fahren. Aber ich glaube, ich ziehe eine Jacke drüber, weil es geht halt einfach nicht. Keiner. Wirklich keiner. Vor allen Dingen, diese Schuhe sind halt nicht wasserdicht. Die sind halt nicht wasserdicht. Es ist sie aber auch nicht nass, es ist nur gefroren. Es ist kalt, Freunde. So stelle ich mir Hella jeden Morgen vor, wenn sie die Pferde rausstellt. Würde ich hier wohnen, dann würde ich es wirklich so machen. Hoffentlich sieht dich keiner. Ich habe mal deine Jacke sich jetzt selber aus dem Auto geholt. Perfekt. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass mir gleich ein Pferd auf den Fuß tritt. Mit Eisen ist nicht gerade sehr angenehm. Das stimmt. Aber wird schon. Du hast aber Glück, es ist ein sonniger Tag und es windet nicht. Ja, total Glück. Aber es ist null Grad, mir ist gar nicht kalt. Die Leute gucken schon komisch. Hä, ich weiß gar nicht, was die haben. Weiß ich auch nicht. Hä, ich bin gerade aus Bett gekommen. Die beiden Mäuse und eine Ratte. Zwei Mäuse und eine Ratte. Oh nein. Gollums Terrassentür ist ja bei dem Wetter sogar geschlossen. Ja, damit die Tränke nicht einfriert, leider. Manchmal wünscht man sich in Spanien zu wohnen. Ja, aber selbst da wird es im Winter kalt. Ja, wirklich. Vielleicht eher in Südafrika. Ja, wirklich. Aber dafür gibt es da Löwen, die einen fressen können. Ich habe für Cookie gestern Abend das Futter vorbereitet, weil ich dachte, dann habe ich es heute ganz einfach. Und dann das. Es ist einfach gefroren. Das kann ich wegschmeißen, oder? Ich glaube schon. Weil er kann doch jetzt hier nicht so einen Eiswürfel essen. Nee, natürlich nicht. Oh Mann. Ja, das hätte man sich auch denken können bei den Temperaturen. Ja gut, dann mache ich jetzt einfach was Neues für ihn. Möchtest du die Jacke eigentlich anziehen, oder geht's? Ja, ich möchte die anziehen. Sicher? Ja, mir ist wirklich kalt. Nicht, dass du dich noch kurz vor Weihnachten erkältest. Das sieht aber auch geil aus. Die Schuhe sind einfach legendär, wirklich. Okay, sie sind jetzt schon dreckig. Oh Mann, ich dachte, ich kann die noch richtig schön so im Haus verwenden, weil die sind eigentlich richtig schön kuschelig. Aber sie werden halt nach dem Stalltag richtig dreckig sein. Wo kriegt man sowas überhaupt? Ich habe die bei C&A gekauft. Dann lass uns mal den Teil nochmal fertig machen und mit dem erstmal eine schöne Kutschrunde machen. Okay. Ich hoffe, mich sieht keiner, sonst denken alle, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Ist nicht so. Du fällst immer geschminkt aus dem Bett, ne? Mhm. Sehr logisch. Ich muss jetzt erstmal für Gollum das Heunetz stoppen oder diesen Heusack. Schön mit den Trünen in die Box rein. Ich glaube, die kann ich mir dann nochmal neu kaufen, weil in unserem Haus muss ich die nicht mehr tragen. Hä, die trägst du jetzt jeden Tag im Stall? Ja, genau. Mit neuen Stallschuhen. Mega, die sind auch richtig sicher. Die Leute, macht das wirklich nicht nach, wenn dir da wirklich ein Pferd auf den Fuß tritt. Dann ist es vorbei. Gutes Rentier. Ich bin halt froh, dass jetzt gerade noch nicht so viele Leute da sind im Stall. Ich werde hier gemobbt. Sie wurde gerade gefragt, ob sie Fieber hat, weil ihre Wangen so rot sind. Nein, es ist Schminke. Aber wenigstens wirst du wegen deiner Schminke gemobbt und nicht wegen deinem Outfit. Das ist völlig normal. Es sieht so geil aus, Hella, wirklich. Wie so ein kleiner Zwerg. Oh, Leute. Ich hab... Du bist gefangen. Machst du das hier ab? Machst du uns die Jacke kaputt? Oh, jetzt... Hast du gerade gesehen? Mein Arm hinkt da auch wieder fest. So. Gut. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Nee, gar nichts mehr. Jetzt bereiten wir das Futter für die Pferdchen vor. Hast du doch gerade. Ach so, das war das Heu. Aber jetzt... Oh mein Gott. Hab ich noch Mesh für dich. Ich hab gerade erst deine Ohrringe gesehen. Sind die nicht schön? Du hast Rentiere als Ohrringe. Wunderschön, oder? Also langsam wird's mir hier echt zu voll. So. Was ist das? Mesh? Ja. Ihr seht, kein Pferd von Mein wird benachteiligt. Das ist für Gollum. Das ist für Valentino. Er kriegt auch eine kleine Leckerei. Ja. Nachdem er Kutsche gefahren ist. Nicht, dass er es bis dahin schon wieder gefroren ist. Oh nein. Und für Cookie das Größte, weil der am dünnsten ist. Und der braucht einfach noch ein bisschen was auf die Rippen. Boah, Leute. Wenn ihr das riechen könntet. Ich finde, das riecht so, so was von gut. Ich würde das am liebsten selber essen. Oder? Findest du auch das riecht gut? Riecht wie so Brennnesseltee oder so. Das sind halt einfach nur so ein paar Kräuter und so. Valentino hat sich hier noch ein Futtervorrat mitgenommen. Für die Kutschfahrt. Ja, genau. Nee, die würste ich jetzt ab. Du Fiesling. Oh. Er hat so einen krassen Plüsch bekommen. Seht ihr das? Wie viel Fell das ist. Crazy. Oh mein Gott. So einen Plüsch könntest du heute auch gebrauchen. Ja. Valentino, darf ich mich an dich an den Laden kuscheln? Er so, ja, bitte. Oh. Das gefällt dir, ne? Das gefällt dir. Schau mal, wie schrecklich das aussieht. Siehst du diese Stufen hier? Hast du das geschnitten? Nein, ich war das nicht. Antonia war das. Sie so, ach komm, ich schneide ihm das hier so ab. Und das sieht einmal bescheuert aus. Sein Bart. Aber er hat ja genügend Fell. Muss man ja mal ehrlich sagen. Okay, ich hole schon mal die Kutsche. Ich verstehe auch nicht, wieso du dieses Video nicht einfach im Sommer drehst. Das frage ich mich auch. Valentino hat auch gerade genickt. Ja, das fragt sich jeder. Was hat die schon wieder? Das verstehe ich wirklich nicht. Das Reintier ist angespannt. Also welches jetzt, das? Oh, witzig. Ich wohl nicht. Bist du nicht angespannt? Ne, Valentino ist auch noch nicht ganz angespannt. Er ist noch nicht ganz ready. Ich muss hier noch kurz nachgurten. Valentino frisst hier die Blätter vom Boden. So, dann können wir losfahren. Okay. Ich stehe kurz auf. Im Schlafanzug. Ah, kalt. Ja, wir sollten eigentlich nur eine Decke mitnehmen oder so. Ja, egal. Egal. Los geht's. Schniefst du schon? Ja. Deine rote Rudolf Nase. Hast du Pieber, Hella? Ja. Gutes Rentier. Ganz feines Rentier. Kann schon bald beim Weihnachtsmann anfangen. Ja. Muss nur noch fliegen werden. Das kann er auch. Ja. Kann echt gut springen. Ja. Bip, bip. Bip, der Weihnachtsmann. Lass mal bei meinen Eltern anhalten und noch eben eine Decke holen. Kennen wir. Das ist sehr frisch. Tom kommt endlich wieder mit einer Decke. Und ich hab dir Handschuhe mitgebracht. Oh, perfekt. Und Valentino und ich mussten hier 30 Minuten gefühlt warten. Genau. Und komm, was ich noch gefunden hab. Oh, wie nice. Mandarine. Okay, weiter geht's. Perfekt. Erstmal die Handschuhe anziehen. Ich hab hier vor allem noch so eine richtig schön dünne Decke. Was ist das für eine Decke? Das sieht aus wie ein Schall. Die hab ich bei meinen Eltern aus dem Wohnzimmer geklaut. Oh, mein Gott. Die hilft uns, glaube ich, auch nicht viel. Die sind aber besser als gar nichts. Valentino hat richtig gut gewartet. Ich dachte, du sagst geweint. Nein, Valentino hat geweint in der Zeit, wo du gleich gekommen bist. Nein, weil er möchte dann immer los und sich bewegen. Das ist ja auch sehr gut. Aber trotzdem muss er halt am Anfang lernen, einfach mal anzuhalten und zu warten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Pferde dann aus jeder Situation auch einfach anhalten kann. Na jetzt schau mal. Ich halt jetzt mal an. Okay, mit der Bremse. Gut. Du kriegst gleich sogar ein Stück Mandarine, wenn du lieb bist. Oh, wie lieb ist er. Leute, er ist so süß. Jetzt geht's weiter. Sehr schön. Ja, das ist ganz wichtig. Vorzeigepony. Also auch, wenn alles andere nicht klappt und wenn alle Sträke reißen, da ist ein Bus sitzen. Valentino nicht erschrecken. Hier ist einfach ein Engel. Der sieht so gruselig aus. Also ich finde, zu Halloween hätte er besser gepasst. Oh mein Gott. Vor allem verkleiden die diesen Baumstamm einfach. Wahrscheinlich am 24. wird das ein Weihnachtsmann sein. Ja, wahrscheinlich. Wir haben jetzt auch mal einen zweiten Gang gelegt, weil die Autofahrerin hinter uns wollte uns nicht überholen. Oh nein. Das hat nicht so gut geklappt mit dem zweiten Gang. Zweiter Gang. Trotzdem wurden wir jetzt von einem Gerard überholt. Oh, bei der Taydo lässt sich das nicht gefallen. Der Marathon beginnt. Ja. Er hat einfach sein eigenes Tempo. Das ist immer ganz wichtig. Auch in der Schule, bei irgendwelchen Läufen, nimmt immer euer eigenes Tempo. Sonst haltet ihr das immer bis zum Ende nicht durch. Das habe ich auch immer so gemacht. Und dann hat man es geschafft. Ja. Gegangen bist du dann immer, ne? Nein. Oh Mann. Aber Valentino macht das gut. Der hat eine gute Ausdauer. Ja. Sportkanone. Er ist wortwörtlich eine Sportkanone. Sein Bauch ist die Kanonenkugel. Ja, genau. Oh, er sieht die zufrieden. Das ist schön. Na, ist das dir unangenehm mit der Maske? Gar nicht. Hier sind zum Glück auch keine Leute. Schaut mal, wen wir hier gefunden haben. Barney, fantastisch. Oh Gott, der ist richtig interessiert an Valentino. Ich glaube an der Kutsche auch. Ja. Alter, wie schön sieht diese Landschaft aus, Leute. Oh ja, wirklich, wirklich schön. Wonderful. Wow, wie schön der Fluss hier sogar gefroren ist. Yes, alles gefroren. Märsch gefroren, Fluss gefroren, heller gefroren. Ja. Meine Finger gefroren. Aber ich sag dir eins, Tom. Meine Stirn friert nicht. Wegen der Schlafmaske. Die trage ich natürlich immer, wenn ich schlafen gehe. Ach so, ich dachte, weil du Fieber hast. Ah ja, genau. Genau. Die kühlt noch meine Stirn. Ach ja, bis du das hier hinbekommen hast mit deinem Pony, schäle ich mal hier eine Clementine. Ja, mach das mal. Ich habe die Mandarine gepellt. Ah, danke schön. Guten Appetit für die Zuschauer. Oh mein Gott. Es ist so kalt. Oh, dieser kalte Wind jetzt auch noch. Aber Valentino möchte sich auspowern. Er muss jetzt einmal ein bisschen galoppieren. Ich friere. Ich friere mir die Mandarine ab. Und meine Hände vor allen Dingen. Es ist wirklich kalt. Gutes Pferd. Rentier, meine ich. Home, sweet home. Wir sind zurück und so durchgefroren. Selbst meine Hände tun weh, obwohl ich diese Handschuhe an hatte, Tom. Ja, dann frag mich mal. Wie geht es deinen Händen? Ganz schlimm. Also, Valentino bekommt jetzt zur Belohnung noch ein kleines Stück Mandarine. Oh Gott. Okay, Valentino. Mandarine. Schmeckt dir das? Was? Ich glaube, ich habe ihm noch nie Mandarine gegeben. Deshalb ist das hier Premiere. Guter Mops. Ja, jetzt holen wir dich hier mal raus. Oh, ist das kalt, ey. Jetzt bekommt der kleine Mann noch eine Abschützdecke. Der hat auch richtig geschwitzt. Gut gearbeitet. Ja, super gearbeitet, ne? Und jetzt hole ich schnell sein Futter. So, da freut er sich schon immer richtig drauf. Mh, lecker, lecker, lecker. Er schmatzt richtig. Das ist auch noch ein bisschen warm. Er ist halt wie so ein Ferkel. Ja. Ach doch, mit der Kamera. Lecker. Valentino versucht, hier noch den letzten Rest auszulecken. Ja, es ist nichts mehr drin. Okay, machen wir mit dem anderen Weißkehlchen hier weiter. Okay, warte mal. Wir müssen von außen. Von außen? Ach, die Terrassentür aufmachen. Ja, wir müssen die Terrasse hier aufmachen. Wieso liegt hier ein Halsring, Hella? Damit möchte ich heute reiten. Mit Halsring? Ja. Und Schlafanzug? Ähm, ich glaube, die Schuhe müssen sich ausziehen dafür. Ich glaube, damit komme ich noch nicht mal in den Steigbügel rein. Ich werde die Stiefel anziehen. Hä? Aber mit Halsring kann man doch auch ohne Steigbügel, oder? In so einem Pad. Ach so, aber ich habe keinen Pad. Ach so, ja, okay. Und ich rutsche da runter. Also mit dem hier, wenn ich ohne Satel reite, dann lege ich sofort unten. Okay. Lassen wir das lieber nicht wahrgenommen. Lassen wir das lieber. Okay, komm raus. Raus, ihm ist kalt. Er möchte auch nicht. Original, so steht er da. Nein, nein, ich gehe nicht auf die Terrasse. Okay, dann doch. Siehst du das? Hier sind, die sind gefroren. Mach jetzt dein Pferd fertig. Okay. Leute, wie süß ist er? Und er ist auch richtig flüschig irgendwie dieses Jahr geworden. Ich habe die richtige Stelle erwischt für ihn heute. Oh ja, oh ja. Ich habe ja noch nie gesehen bei ihm, dass er so extrem feiert. Ja, er mag das auch. Und hier mag er es auch. Aber an der anderen Stelle irgendwie mehr. Ja, so ist gut. So ist gut. Oh, wie süß er ist. Seht ihr das? Was? Gollum wärmt meine Hände auf. Ich glaube, deine Hände hast du einfach lange nicht mehr gewaschen. Oh, jetzt will er mich küssen. Oh mein Gott, was ist mit ihm heute? Ich habe keine Leckerli, es wäre für dich. Okay, ich muss zugeben, ich habe ihm gerade einen Leckerli. Ah, du hast mich bestochen. Wie soll ich das jetzt machen mit meinen Stiefeln? Ja, zieh die einfach drüber. Hier drüber oder was? Ja. Das wird halt niemals passen. Das wird niemals passen. Doch, deine Leitbose passt auch rein. Nee, ich habe jetzt nicht mal die Handschuhe an, weil ich kann das nicht mehr. Leute, ich glaube, das passt nicht. Das passt einfach nicht. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Was jetzt, Hella? Ich muss die Hose ausziehen. Die Hose ausziehen? Sonst kann ich mich reiten. Ja, moin. Gut, dass du noch was drunter hast. Du hast sogar eine Reithose drunter. Ja. Recht. Recht. Was macht Gollum? Ja, Gollum. Willst du mich weißen oder was? Nein, er hat gern gehen. Ach so, ich dachte, der will mich weißen in Slowmotion. Ich bin dafür, dass du dir die Hose da wieder drüber ziehst. Nein, ich bin dafür, dass ich einfach so reite. Leute, ich bin seit ewigen Zeiten ihn jetzt auch nicht mehr geritten, weil wir im Urlaub waren. Und jetzt sind wir erst wiedergekommen. Und dann gleich so war es wieder. Da falle ich schon wieder wahrscheinlich runter. Von ihm bist du lange nicht mehr runtergefallen. Ja, das soll auch so bleiben. Aber ohne Jacke dann wenigstens? Ja, ohne Jacke. Okay. Und mit der Haube, wo ist eigentlich deine Schlafmaske? Die liegt im Fußkoffer. Ja, die setzt du dir gleich schön wieder auf. Okay. Hella, ich will es ja nicht aussprechen, aber die Kacke ist am Dampfen. Die ist wortwörtlich am Dampfen. Herzlich willkommen in der Reithalle. Rauf da. Wir müssen jetzt erstmal eine halbe Stunde Schritt gehen. Und ich füge ihn jetzt einfach. Eine halbe Stunde? Ja. Oh, Hella, es ist kalt. Schön, ne? Es ist kalt. Aber dann ist er gut aufgewärmt und dann kann ich antraben. Wow. Und wie lange darfst du antraben? 10 bis 15 Minuten und eine Runde Galopp. Wow. Wow. 30 Minuten später. Hella sitzt auf dem Pferd und hat ihre Jacke ausgezogen. Ja, und mir ist kalt, deshalb muss ich jetzt mal reiten. Ich habe die Maske gar nicht. Ich sehe gar nicht aufgereiht. Jetzt ändere ich es nicht mehr. Mann. So, dann trabe ich jetzt mal an. Ich bin gespannt, wie Galopp läuft. An manchen Tagen läuft er besser, an manchen schlechter. Ich hoffe, heute ist ein guter Tag. Mal sehen. Also, es war jetzt kein überragend guter, aber auch kein mega katastrophal schlechter Tag. Also, ich glaube, jeder kann erkennen, dass Gollum leider immer noch nicht zu 100% rund und schön läuft. Aber es wird immer besser und ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Also, wenn man sich mal das erste Video anschaut, wie er wirklich stocklarm gelaufen ist, dann ist das wirklich jetzt ein Unterschied von Tag und Nacht. Ich kann ja nochmal kurz sagen, für alle, die jetzt neu sind oder es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Gollum war im August, war das. Von einem auf den anderen Tag einfach stocklarm. Wir sind dann natürlich in die Klinik gefahren und dann wurde in den Vorderhufen bei ihm eine Hufsgelenksentzündung und im Knie eine Meniskusentzündung diagnostiziert. Und seitdem sind wir ja alle sechs bis acht Wochen in der Klinik. Und die Tierärztin meinte, dass wir auf einem guten Weg sind und solange er durch das Reiten dann auch im Bewegungsablauf flüssiger wird, dass wir so erstmal weitermachen können. Also, wenigstens dürfen wir ja jetzt auch eine Runde Galopp dazunehmen. Das ist auch ganz schön und ja auch ein Fortschritt. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich wieder ein bisschen reiten kann und ich hoffe einfach, dass wir im nächsten Jahr wieder richtig durchstarten können und er dann auch total fit dann wieder ist und wir dann vielleicht auch die ein oder andere Sprünge wieder machen können. Jetzt machen wir ein bisschen Arbeitsteilung. Ich führe im Gollum noch ein bisschen Schritt und Hella macht schon mal Cookie fertig, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss los. Ich habe halt nicht immer den ganzen Tag Zeit, um im Stall zu chillen. Ich hoffe, sie zieht sich jetzt auch ihren Schlafanzug wieder an. Okay, endlich hat Hella wieder ihre richtigen Klamotten an. Super. So gehst du jetzt immer in den Stall, oder? Auf jeden Fall. Ich finde das Outfit Hammer. Hammer einfach nur. Hast auch gar nicht gefroren, oder? Ich muss sagen, wo ich wirklich nicht gefroren habe und was mich sehr verwundert hat, ist an den Füßen. Als wenn. Und du weißt, ich habe immer solche Eiszapfen, als wir in Finnland waren. Ich habe es so gefroren, ich habe die Schuhe mal mitnehmen sollen. Genau. Wenn du mit denen da rumlaufen willst. Ja, okay. Das ist dann doch eine Nummer zu viel. Das sieht so genial aus. Aber krass, weil ich dachte, die Sohlen wären so richtig dünn, dass man da so richtig krass friert. Ja, und ich bin hier auf dem kalten Hallenbohnen, der ist echt kalt. Und ich friere gar nicht. Und du hast echt Glück, dass es heute so gefroren hat, weil sonst wäre es halt matschig und dann wären die richtig zeitlich. Oh ja, das wäre richtig wütig. Aber ich glaube, so kannst du die echt einmal putzen und dann kannst du zu Hause wieder anziehen. Ja, ohne Witz. Hammer, mache ich immer so. Hella, ich muss jetzt aber nach Hause. Ich muss jetzt Cookie noch longieren. Ich muss nach Hause. Ich muss jetzt noch Cookie longieren. Ich muss aber nach Hause. Und ich muss ihn noch longieren. Achso. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich fahre nach Hause und du longierst Cookie. Ja, okay. Ich habe mich hier extra vor diesen wunderschönen Weihnachtsbaum gestellt. Und jetzt werde ich noch einmal die Jacke für euch aufmachen, damit ihr seht, dass ich dieses komplette Schlafanzugoutfit hier im Stall trage. Was ihr nicht schon den ganzen Tag gesehen habt, aber egal. Wow, wundervoll. Und in einer Woche ist schon Weihnachten, Hella. Fällt mir gerade auf, wo du es sagst. Oh mein Gott, wie schnell ging das denn jetzt vorbei? Das ist ja unglaublich. Und dann schlafe ich einfach bei Cookie in der Box. Ich habe ja schon Schlafsachen an. Ja, genau. Nein, ich hole die später wieder ab. Dann viel Spaß euch beim longieren. Ich schlafe bei Cookie lieber. Du verlässt mich ja. Meine Pferde verlassen mich. Bleib mal hier in der Kälte mit deinem Schlafanzug. Bis dann. Tschüss. Tschüss.